Gute Empfehlung, Empfehlung von Papa von Ann-Kathrin, die ist meine Lieblingsgefährtin und ihr Papa war eben schon einmal bei euch, hat sich manche Sachen angeguckt und hat uns den Tipp gegeben, Mensch, schau doch mal dorthin, da gibt es interessante Beratungen, gibt es interessantes Koch erlebt. Jetzt musst du gucken, wo er rauskommt, in einem riesen Saal. Aber du hättest noch nicht gesehen, weil im Winter war es noch. So, da kannst du jetzt alles herstellen, ich frag die Ann-Kathrin, ob ich das Auto hinpacken soll. Das geht hier jetzt weiter, nach rechts. Hallo, süßer Leandro! Hallo, süßer Leandro! Also Michael, schön, dass wir heute bei euch sein dürfen und ich glaube so die Freude mit Massivholzmübeln zu leben und das Kochen in Massivholzküchen, auch vor allem das gemeinsame, das macht nicht nur Freude, sondern das macht auch wirklich Freude. So ist es. Ja, und also schön euch wieder zu treffen, wir sind ja nicht ganz nah beieinander. Ja. Gute Stunde! Gute Stunde! Gute Stunde! Gute Stunde! Gute Stunde! Gute Stunde! Im Endeffekt, wenn man es auf einen Punkt bringen will, dann exzellent. Besser geht es nicht. Also mehr Unterstützung geht nicht. Und ihr wart auch die Einzigen, die uns die Unterstützung in der kurzen Zeit zugesagt hat. Das muss man auch einmal dazu sagen. Ja, deshalb auch. Weil... Leider zu leid. Gute Stunde! Gute Stunde! Hup bitte, Michael, so überrascht. Darfst du zur Kamera? Nein! Ja, super, danke! Wie geil ist es denn? Ich bin jetzt so. Darf man noch mal ein paar Fotos auf Michael irgendwie und das schön hier alles machen? Herr Ricks? Dann habe ich ja... Ich lasse es. Ja, das war auf jeden Fall. Dann kannst du auch noch mal auf die Hände und auch seinen Garten gut. Ich mache hier alles für dich, Gute. Wir haben so viele Säcke, wir würden für die Gute. Das finde ich eine gute Idee. Machen wir eine da auch? Ja. Warte mal, was kann man denn da auch? Such dir raus. Und die rotzen mit Schaden jetzt noch. Ach, Gute rein. Gezauut! Kraftakt, du schaffst es! Nachion, jetzt pass auf! Nachion, jetzt pass auf! Nachion, jetzt pass auf! Nachion, jetzt pass auf! Was geht weiter rein? Ja. Was er mit deinem Bierkant hat? Ach! Ich weiß mich nicht. Man kommt vom dümmsten aus rein. Ich mache mir nichts. Juhu! Schweizer, die Ziersmesser hat auch an Champagner gedacht. Du wischt es so auf hoch und dann bist du noch so im Hintergrund und dann guckt sie so ein bisschen und dann so, ja, macht mal! Und dann so, ja, ich hätte noch einen Tipp für euch auf Lager. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich vollkommen. Jetzt bin ich vollkommen. Na, jetzt machen wir das gerne. Oh, das ist fast die Nacken. Nein, das ist alles besser. Das muss dann anders. So, da braun wir. Wann, ich mache was? Bis du alles zusammen bereit, oder? Ich mache es mal zu. Ich brauche es in Ordnung. Bist du nur der Seko? Ja. Herzlichen Dank. Prost! Also nochmal auf euch alles gut. Prost! Dankeschön! Prost! Danke! Ja. Wie was sagst du liebe? Ja, meme? Man möchte ja mein Essen oder mal- Nee, machen Sie nur. Ja. Woah. Warte ihr wirklich die Einzelne, die gesagt, haben, kommt, das kriegen wir, wir helfen euch, wir greifen euch unter die Arme. Ihr habt uns super unterstützt mit dem Innenraumkonzept, wie du schon sagst, schlafen, essen, essen zubereiten, wohnen und ihr habt das auch in einer wahnsinnig kurzen Zeit gemeinsam mit uns realisieren können, Gott sei Dank mit der Ausstellungsküche, die ja wirklich perfekt bei uns reingepasst hat. Das ist ja sensationell. Und dem ganzen drumherum. Wir haben übrigens bis jetzt ein kleines Loch noch, weil wir haben ja auch natürlich viel zu tun. Allein die Selbstverständlichkeit, ich habe mich damals angerufen und gesagt, ja Mensch, das ist für mich jetzt Dachwuchs. Wir müssen woanders einziehen. Wir bräuchten eine Küche, aber in drei Monaten und dann daher habe ich, naja, kommt vorbei und schauen, was wir machen können. Und der Rest hat nur gesagt, gar nicht. Geht nicht. Könnt ihr vergessen. Nein. Machen wir nicht. Ihr seid Next Generation auf jeden Fall. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mögliche Neukunden? Der Tipp oder Ratschlag würde ich sagen, kauf einmal und anständig und dann aus der Region, mit Holz aus der Region, weil du hast Freude bis an dein Lebensende. Okay. 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 Vielen Dank.